Gearbox-Präsident Randy Pitchford tritt zurück, es gibt ein erstes Video von Witcher 3 auf dem Steam Deck und Twitch äußert sich mit weiteren Details zum Riesen-Leak. Heute ist der 7.10.2021, vor euch steht der amtierende Gewinner unseres Battlestar-Stream-Formats und hier kommen die News mit Jules. Randy Pitchford ist von seinem Posten als Präsident von Gearbox Software zurückgetreten und wird durch den bisherigen Chief Technology Officer Steve Jones ersetzt. Pitchford bleibt aber CEO der Mutterfirma Gearbox Entertainment, die er auch mitgegründet hat. Er wird seinen Fokus künftig vor allem auf Film und Fernsehen setzen, während Jones sich um die Entwicklung der Spiele kümmern wird. Pitchford wird außerdem Präsident einer neuen Gearbox-Abteilung namens Gearbox Studios, die sich um die Film- und TV-Projekte der Firma kümmern wird. Angefangen bei dem bevorstehenden Borderlands-Film. Pitchford selber erklärt in einem Tweet, dass er sowohl für hochrangige Business-Strategie verantwortlich sein als auch als eine Art kreativer Hybrid-projektbezogene Entscheidungen treffen wird. Gearbox wurde im Jahre 1999 gegründet und war unter Pitchford an Spielen wie Half-Life, Brothers in Arms, Duke Nukem, Aliens und Borderlands beteiligt. Mit dem Borderlands-Film, in dem unter anderem Cate Blanchett mitspielen wird, betritt Gearbox erstmalig neues Territorium. Mit Tiny Tina's Wonderlands ist auch schon der nächste große Spiele-Release für den 25. März 2022 angekündigt. Falls ihr euch gefragt habt, wie denn nun etwa The Witcher 3 auf dem Steam Deck läuft, dann könnt ihr euch jetzt davon einen Eindruck verschaffen. Der offizielle Witcher-Twitter-Kanal hat nämlich ein Video veröffentlicht, in dem wir das Spiel in Aktion erleben können. In dem kleinen Ausschnitt können wir natürlich nicht wirklich viele Grafikdetails erkennen, aber das Spiel scheint zumindest flüssig zu laufen. Was wir natürlich noch nicht sehen, sind die leistungsintensiven Kampf-Szenen des Spiels, aber für einen ersten Eindruck schon mal nicht schlecht. Das Steam Deck soll im Dezember diesen Jahres in drei verschiedenen Ausführungen verfügbar sein und neben The Witcher 3 werden wir unsere gesamte Steam-Bibliothek für mehrere Stunden am Stück unterwegs nutzen können. Genutzt wird ein Custom AMD APU und 16 GB LDDR5 RAM. Für weniger energiebelastende Benutzungen wie kleinere 2D-Spiele oder Surfen im Internet wird die Akkuzeit auf etwa 7 bis 8 Stunden geschätzt. Gestern hatte ein riesiger Daten-Leak der Plattform Twitch das gesamte Internet in Aufruhr gebracht. Unter anderem wurden die Auszahlungen bis ins kleinste Detail veröffentlicht, die die größten Twitch-Streamer in den vergangenen Jahren erhalten haben. Unklar war bisher zum einen, wie es zu dem Leak kam und auch, wie sich das Ganze auf den normalen Nutzer auswirkt. Heute Morgen äußerte sich Twitch mit einem Update. Der Fehler entstand bei einer Konfigurationsänderung des Twitch-Servers, durch die einige Daten ins Internet gelangt sind, auf die dann ein böswilliger Dritter zugegriffen habe. Eine ganz ähnliche Begründung gab es vor wenigen Tagen für den Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp. Twitch spricht auch noch weitere Nutzerbedenken an und sagt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Hinweise darauf gäbe, dass Nutzer-Anmeldedaten oder Kreditkartennummern von dem Leak betroffen seien. Unsere Empfehlung gilt aber natürlich weiterhin zur Sicherheit trotzdem euer Passwort zu ändern. In Deathloop gibt es viel zu entdecken. Vieles davon ist sehr versteckt und wird von den meisten Spielern in ihren Spieldurchgängen vermutlich gar nicht gefunden. Aber das Internet trägt sowas ja für gewöhnlich dann doch recht schnell zusammen. Arcane-Level-Designer Julien Évilliers meldete sich nun aber auf Twitter und versprach, dass es mindestens ein Geheimnis gibt, welches bisher noch kein einziger Spieler gefunden habe. Évilliers scheint seinen Tweets nachzuurteilen, vor allem an der Mittags- und Nachmittagsvariante der UpDam Region gearbeitet zu haben. Wahrscheinlich wird sich das Geheimnis also dort befinden. So einfach scheint es aber auch nicht zu sein, denn Évilliers fügt da hinzu, es ist eine große Konsequenz eines noch viel größeren Ereignisses, das nur passieren kann, wenn du es passieren lässt. Außerdem sind Ursprung und Konsequenz nicht auf der gleichen Karte. Das Geheimnis sei offensichtlich, aber basiere auf einer Reihe von nicht so wahrscheinlichen Faktoren. Wir wünschen viel Erfolg bei der Jagd! Für Nintendo-Fans erscheint in dieser Woche eins der wohl wichtigsten Switch-Spiele des Jahres. Mit Kopfgeldjägerin Samus Aran bekommen wir ein klassisches 2D-Abenteuer in Metroid Dread. Und die ersten Reviews sind bislang sehr positiv. Bei Metacritic schafft es der Titel auf eine Durchschnittswertung von 88 basierend auf 50 Rezensionen und gehört damit zu den bisher beliebtesten Titeln des Jahres. Positiv werden vor allem der Retro-Charme mit der schicken Optik, die motivierende Erkundung, faire Rücksetzpunkte, hilfreiche Karte und der technisch einwandfreie Zustand gelobt. Im GamePro-Test vergibt unser Kollege Dennis Michel eine 85. Metroid Dread erscheint am 8. Oktober für die Nintendo Switch, zeitgleich mit der Nintendo Switch OLED. Das waren die heutigen News, wenn ihr Lust habt, dann lasst uns doch ein Abo da, damit würdet ihr uns wirklich sehr unterstützen. Ich freue mich schon sehr, heute Abend mal Far Cry 6 auszuprobieren, unser Test-Video seht ihr, wenn ihr hier klickt. Danke fürs Zuschauen und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen, euer Jules. MUZIEK 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 Danke. chim cru blo käytt